Der Ausbruch des Supervulkans unter dem amerikanischen Yellowstone-Nationalpark würde eine apokalyptische Katastrophe auslösen und damit tatsächlich das komplette Leben auf der Erde bedrohen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Katastrophe schon bald passiert, denn der schlummernde Vulkan bricht etwa alle 600.000 Jahre aus und ist somit wieder fällig. Geologen weltweit beobachten die riesige Magma-Kammer im Yellowstone-Nationalpark deshalb ganz genau. Jetzt hat ein Forschungsteam der NASA erstmals einen Plan vorgestellt, um diese Gefahr zu entschärfen. Wie die Idee konkret aussieht und wie realistisch ihre Umsetzung ist, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Unvorstellbare 60 Kilometer lang und 40 Kilometer breit ist die Magma-Kammer des Supervulkans unter dem Yellowstone-Nationalpark. Seine Magma-Kammer fast 15.000 Kubikkilometer Magma, also Kubikkilometer, das ist der Wahnsinn und das im wörtlichen Sinne. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit tüfteln schon lange an einem Plan, Supervulkane wie diesen besser einschätzen zu können oder gar in den Griff zu bekommen. Und das ist fast unmöglich. Aber es ist auch unabdingbar, um die Menschheit zu retten. Die Zeit läuft davon, denn der riesige Supervulkan im amerikanischen Nationalpark könnte schon sehr bald ausbrechen. Bislang war dies etwa alle 600.000 Jahre der Fall und sein letzter Ausbruch liegt tatsächlich bereits 640.000 Jahre zurück. Und die Gefahr, die von diesem Supervulkan ausgeht, ist tatsächlich allen bewusst. Der NASA-Mitarbeiter Brian Wilcox beispielsweise hat erst vor kurzem festgestellt, dass, Zitat, die Forschung zu Supervulkanen weitaus wichtiger ist, um die Menschheit vor Gefahren zu schützen, als die Entwicklung von Systemen, die Kometen und Asteroiden von der Erde fernzuhalten. Wow! Und selbst da gehen die Astrophysiker ja von einer großen Gefahr aus. Fest steht, auf jeden Fall, ein Ausbruch würde eine Katastrophe für das komplette Leben auf der Erde bedeuten. Die Sonne würde von den Aschewolken so sehr verdunkelt werden, dass die Ernten in vielen Regionen der Welt ausfallen würden. 74 Tage lang würden uns die weltweiten Nahrungsvorräte wohl überleben lassen. Danach würde wohl ein Großteil der Menschen verhungern. Ein katastrophales Szenario, das die NASA unbedingt verhindern will. Ein Forschungsteam der Weltraumbehörde hat jetzt einen konkreten Plan ausgearbeitet, um den Supervulkan zu entschärfen bzw. einen Ausbruch sogar zu verhindern. Die Idee, den Yellowstone-Vulkan kontinuierlich abkühlen. Schon länger gibt es die Idee, Frischwasser aus den Bergen zu pumpen und dieses in den Vulkan zu leiten. Wirklich umsetzbar ist diese Idee aber nicht. Und so haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diesen Vorschlag weiter ausgearbeitet. Die Lösung könnte eventuell daraus bestehen, ein Geothermiekraftwerk in der Nähe des Vulkans zu installieren. Konkret müsste der Vulkan angebohrt werden. Das Kraftwerk würde ihm langsam aber stetig Wärme entziehen und die Magmakammer langfristig abkühlen. Diese Idee ist fast zu grandios, um wahr zu sein. Denn so würde die Gefahr des Supervulkans zum einen eingedämmt werden, gleichzeitig würde das geothermische Kraftwerk aber auch Strom produzieren. Die NASA schätzt die Kosten des Projekts auf 3,5 Milliarden Dollar. 10 Kilometer müsste beispielsweise nach unten gebohrt werden, um an 350 Grad heißes Wasser zu gelangen. So ließe sich dann Strom für etwa 10 Cent pro Kilowattstunde herstellen. Falls das Projekt erfolgreich wäre, könnte die Region um den Vulkan wohl mehrere hundert Jahre mit Strom versorgt werden. Für mehrere hundert Jahre. Wie Hammer ist das denn? Denn aus dem Vulkan strömt derzeit Hitze mit einer Energieleistung von 6 Gigawatt. Eigentlich viel zu schade, um das nicht zu nutzen. Doch die ganze Idee steckt voller Risiken. Denn solch eine Bohrung könnte tatsächlich die Katastrophe auslösen, die es eigentlich zu verhindern gilt. Die Magma-Kammer könnte instabil werden, wenn Unternehmen in die tieferen und heißeren Schichten bohren. Die Folge der Ausbruch des Supervulkans. Schon hier in Europa haben die Bohrungen für Geothermikraftwerke ja zu Erdbeben geführt. Doch es besteht tatsächlich dringender Handlungsbedarf, denn der Yellowstone-Vulkan ist nicht der einzige gefährliche Supervulkan. Bislang sind weltweit weitere 20 Supervulkane bekannt, die durchschnittlich etwa alle 100.000 Jahre ausbrechen. Die Gefahr ist also wirklich konkret, dass ein solcher Supervulkan in absehbarer Zeit ausbricht. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Supervulkan wird ausbrechen. Ja, da gibt es noch mal mehr Infos zur Gefahr durch Supervulkan, also nicht verpassen und draufklicken. Aber Achtung, das ist nichts für Ängstliche und ansonsten bis dann, bleibt dran.